immer wieder geil der mörser noch mehr ja da steht noch einmal kannst du nicht antun mit messerchen werfen hier das war's gefährliche mission ok eine jetzt muss ich erst mal hier jetzt muss gucken wegen dem anderen job finden die baggie teile die ich jetzt einfach umfahren habe auch nix jetzt habe ich den job aktiv ja habe ich da ich jetzt wieder komplett zurückfahre ah ok ich muss da jetzt noch mal rein aber ich mache wieder eine planänderung ich fahre erst noch mal hier hin ähm der typ mit der maske rezept für adrenalin stoß bandagen was habe ich denn jetzt hier also adrenalin stoß erhöht für 60 sekunden eine maximale lebensenergie ja ja ok weiß ich jetzt noch nicht ob ich wirklich benutzen kann oder muss ähm ich speichere hier an der stelle auch nochmal schon lange nicht mehr getan und dann mache ich hier einen cut bis zum nächsten mal mahlzeit und willkommen zurück jetzt muss ich mich erst mal kurz orientieren wo ich überhaupt war finden die baggie teile fahre nach norden zur wästet werkstatt im alten damm gut machen wir direkt und los hat jetzt eine längere pause muss erst ein bisschen wieder reinkommen hab zwischendurch mal mein zimmer renoviert findet den täter ey das ist nicht gut ähm waffen es ist doch ah scheiße ich bin ja komm her du kleiner drecksack da ey da drüben da ist er da ist er da ist er da ist er was halten die denn wieder aus so da ist er ich glaube ich nehme lieber die so irgendwie ist die maus im moment auch ein bisschen komisch da da hoch ja da hoch na komm was ist das denn jetzt geht doch da na komm her na komm her schon sind wir da schon sind wir da oh äh find die lichtmaschine okay ja ja schockmomente versuchen kleine zahnräder Schraubenset Noch irgendetwas interessantes Ja findet mich Die Distanz zieht gar nix mehr rein Na komm Die KI ist manchmal wirklich was besonderes So, wo bist du? Na komm her Oh Gott mal hier So Keine Zahnräder Ist ja schrecklich mit dem nur einem Schuss Zurück, er darf nicht vorbei Sieh mich zurück Hey, hier drüben Ui, ne Wieso Ey Wir müssen hier weg Ich bin weg Ey, willst du mir doch nicht erzählen Er hat mich jetzt Er macht uns fertig Na komm, da ist noch mindestens einer Äh So Stramski Hä Okay Strom Ähm Weiter Wo müssen hin Krimskrams einsammeln Hm Hä 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 Ja klar Das ist logisch Die Lichtmaschine erzeugt Strom für die Da drüben Tür Wo Das ist für dich, du Bastard Da ist er Jemand muss angreifen Okay Jemand, hier drüben Okay, auf nach vorn Komm her, du helf her Granate Granate auf den Wichser Was ist das Was ist das Oh Hm Komm her Ich wollte mal meinen Ich weiß gar nicht was ich machen muss Hä Wahrscheinlich wieder raus gehen Mal kurz drauf gucken Oh, keine Muni mehr für gar nix Ähm Ne, Jobs Ah ne, die Verteilerkappe finden Okay Desinfektionsmittel für neue Verbände Kann ich hier noch irgendwas einsammeln Kann ich hier noch irgendwas einsammeln Ähm Da liegt Ne, da liegt gar nix Habe ich meinen Schlossknacker Jaaa Muss ich mal gucken Kann ich was basteln Schlossknacker Kann ich basteln So, und Sesam öffnet ich Stahlklingen Stofflappen H.E. Granaten Hm Na ja Dadurch dass ich Verbände sowieso so gut wie nicht benutze Ist das Sinnlos gewesen Ey Die Keule brennt hier Okay Okay Na kommt Okay 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 Billige Schuhe Äh Verschiedene Objekte Schraubenset Und Benzinfässer Da kam ich her Ja Wo müssen die noch hin Ey Ist hier noch was interessantes Nö Ich bin Ich bin Verwunden Ich bin Weh du stehst nochmal auf hier Ich bin Ich bin Ich bin Dosenmais Optimal Flaschen 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 Tür Geht nicht auf Blaubeeren Blaubeeren in der Dose Oh Na haut der jetzt ab Die geht nicht auf Teilweise halten die was aus Das ist ja abnormal Da drüben Ja 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 Ich hoffe ich habe jetzt nichts übersehen ne Geht Gehts